Und von da aus könnten wir uns ja dann überlegen, ob wir gleich wieder zu diesem großen Rondell gehen und dort die Scherbe gleich einfügen. Hier müssen wir jetzt auch wieder aufpassen, hier im Gang schleicht ja auch irgendwo einer rum. Jetzt müssten wir im Prinzip noch, genau, einmal rechts, einmal links und dann in die Tür. Da ist auch gerade zufällig niemand hervorragend speichern. So, na wenigstens etwas. Habe ich denn jetzt wenigstens den Schnaps gespeichert? Nein, oder? Ich habe vorhin eine Flasche gefunden. Wo war die? Ja gut, egal. Kommen wir glaube ich auch, wenn wir jetzt links rausgehen und dann rechts gleich wieder rum, dann kommen wir da auch hin. Ach je. Also ich sage mal, zumindest mal mit voller Energie sollte ich in den Raum mit dem merkwürdigen Rätsel rein. Denn der Herr Kollege vorher im Chat hat mich ja informiert. Dass ich da zwei bis drei Flaschen brauche. Das ist jetzt natürlich schon heftig, wenn man bedenkt, dass ich nicht mal eine habe, ne? Was brauche ich denn da zur Hölle? Ach sei es drum, wir gehen mal zurück. Das weiß ich nicht. Tut uns das was, auch wenn wir die Luft angehalten haben? Nö, scheinbar nicht. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Hier vorne läuft nämlich jemand rum. Jawohl. Und wo läuft denn der überall hin? Ich glaube, der läuft eine große Runde, ne? Der läuft glaube ich hier auch mit durch. Jawohl. Küsse weg. Ich glaube, ein oder zwei Scherben hatten wir hier schon, aber ich glaube nur eine, bin mir nicht sicher. Ähm, wollen wir erst mal gucken. Ups, Mikro. Bögen, zu nah an der Backe. Ähm, welchen, äh, welches Scherbchen haben wir hier denn? Wappenfragment gelb. Würde ja heißen. Gelb, gelb, gelb. Kommt der wieder? Ne. Wäre auch ein bisschen arg schnell. Grün? Ist doch grün, oder? Oder Aquamarine. Das ist doch kein grünes Gelb. Nehmen wir halt das. Probieren wir es. Jed. Klasse. Ja, okay, hochinteressant auf jeden Fall. Wir sollten hier noch ein paar von den Dingern finden, wo wir... Wo wir die im Endeffekt finden? Tja. 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 Ja gut, wir haben ja gespeichert. Das ist ja jetzt nicht so wild. Jetzt bin ich schon wieder über eine Stunde am Stream. Das ist, glaube ich, Material für 20 Minuten maximal, ne? Also, wenn man sich das mal... Boah, ey. Scheiß Kabel hilft mir auch nicht hier von dem Headset. Okay, also, meine lieben Freunde. Äh, nee. Nee, nee. Ich habe jetzt wieder mein Wappenfragment. Jawohl. Ich muss das ja im Prinzip jetzt auch nicht da einfügen. Ich kann ja auch warten, bis ich die anderen habe. Die Frage ist, was mache ich bis dahin? Ich gehe mal da oben lang. Da kommt mir der Kollege Entgäge. Das wollen wir eigentlich nicht. Wieso? Wieso ist das zu? War das schon immer so? Muss das? Ah ja, okay. Das muss ich. Wollte ich gerade sagen, ey, jetzt kill mich halt wieder. Das hat doch mit Unterhaltung nichts mehr zu tun. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier war ich aber auch schon, wenn ich mich recht erinnere. Aber vielleicht habe ich ja hier trotzdem irgendwo eine Flasche übersehen, ne? Könnte ich jetzt allerdings mal machen, weil ich habe ja eben gespeichert. Könnte ich mal machen, ob ich aus der Falle rauskomme. Also, ich muss das Ding annehmen, ich brauche es ja. Ich habe ja noch ein Wappenfragment. Ich habe ja noch ein Wappenfragment. Ich habe ja noch ein Wappenfragment. Ich habe ja noch ein Wappen. Ja, Freunde. Aber irgendwas, also dann brauche ich da ja irgendwas. Dann brauche ich da ja definitiv irgendwas, um dieses Schloss zu öffnen. Wo soll ich denn das bitte finden? Gehen wir mal hier hin. Der läuft ja da mehr oder weniger schräg rein, ja? Eigentlich auch leider gar keine Geduld mehr, um mich jetzt hier noch schleichend die ganze Zeit vorzuhören. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel, den wir hier brauchen? Irgendwas mit dem Vogelfönix wahrscheinlich. Ah ja, die Kammer. Naja, da haben wir vorher schon schlechte Erfahrungen drin gemacht. Wo sind wir hier? Da auch mal rein. Ich glaube, da war doch vorher eine Flasche, ne? Oder auch nicht. Ah ja, genau. Da drin brennt die Wanne. Ja, nun, was mache ich da? Können wir da überhaupt was machen? Also ich war da ja schon. So ist ja nicht. Da muss auch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas muss ich da machen. Aber mir erschließt sich leider noch nicht was. Tja. Eine sehr gute und berechtigte Frage, wo denn vorher diese... Hallo? Ich gehe mal wieder hier rein. Also die Wartezeit, bis einer vorbeigelaufen ist, ist ja auch immer so eine Sache, ne? Jetzt hat er mich gehört, ne? Kann's wieder gehen. Hier ist nichts. Eine Stunde Stream, ein Wappenteil gefunden. Das macht man normalerweise einigermaßen in einer halben Stunde. 20 Minuten, sag ich jetzt mal. Und ich finde, es sollte an jedem Speicherplatz eine Flasche stehen, mit der man sich heilen kann. An jedem Speicherplatz. Egal. Ich habe jetzt aber eigentlich auch gar keine Lust mehr, mich aufzuregen. Blö. Also gut. Blaues Wappenteil. Gelbes Wappenteil. Dann sind wir die Dinger zumindest mal los. Und jetzt am besten gleich wieder speichern geht, damit ich das nachher nicht nochmal machen muss. Was haben wir hier eigentlich? 107. Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Wie alt sind Sie? Oh, guck mal. Ein Blatt? All 6 Tagebuch lesen. 12. 12. August 1897. Ich verzweifle noch. Mein dummer Bruder scheint Elisabeths schlimmste Befürchtung bestätigt zu haben. Nachdem sie angefangen hat, sich durch Vaters Tagebucheinträge zu wühlen. Jetzt weigert sie sich zu singen. Sie weigert sich, die aufgenommenen Versionen des Liedes zu erlernen und in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Es muss einen anderen Weg geben, unser Ziel zu erreichen. Wir können mit den dürftigen Einnahmen des letzten Jahres, der letzten Jahre nicht überleben. Vielleicht helfen ja die Aufnahmen selbst. Möglicherweise kann ich eine weniger störrische und launenhafte Lösung kreieren. Okay. Jetzt haben wir doch wenigstens mal wieder ein Dokument gefunden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hier gewesen sind wir allerdings schon mal. Und damit muss ich irgendwas schneiden, aber... Moment mal, ist da ein Wappensteil? Nein. Nein, nein. Das wäre zu leicht. Könnte ich einfach von hinten greifen. Theoretisch. Okay. Also hier... Ne, was auch immer da vorher abgetrennt wurde. Ja, es war auf jeden Fall vorher wahrscheinlich lebendig. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, was muss ich denn im Speziellen damit... Hab ich denn was dabei? Nö. Glaube nicht. Ah ja. Von hier kommen wir ja generell erstmal auf das Stockwerk. Na ja. Wie dem auch sei. Jetzt sollten wir irgendwie mal... So was wie Fortschritt hier schaffen. Wo stehe ich denn eigentlich da? Ich... Jetzt muss ich mal nochmal mich leider nach vorne beugen, um zu gucken, ob es da nicht noch irgendwo eine Tür gibt, die mit dem Musikschlüssel aufgeht. Offensichtlich aber nicht. Und ich bin der Meinung, ich war jetzt eigentlich überall, jetzt außer abgesehen von dem Raum, in dem diese komische Geschichte da losgeht. Allerdings stand da doch irgendwo eine Flasche. Also ich möchte ja wirklich gerne diese Flasche vorher konsumiert haben, bevor ich nochmal in diesen schwarzen Raum gehe. Ich bilde mir nämlich ein... Gut, der Kollege schrieb vorher, da gibt es ein Notenblatt. Aber das brauche ich ja früher oder später sowieso. Wichtig wäre jetzt für mich nochmal zu wissen, ist... Im Untergeschoss, also im Keller, ist auch nochmal eine Tür, die mit dem Notenschlüssel zu öffnen wäre. Die wäre vielleicht noch ganz interessant. Und wer weiß, was ich da finde. Jetzt gehen wir hier aber auf alle Fälle nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal runter in den Keller, ins Untergeschoss. Einfach nur... ...um festzustellen, was ich da in diesem Raum finde. Weil ich sehe hier oben jetzt gerade keine weitere Möglichkeit. Ich weiß, ich habe hier vorher irgendwo eine Flasche stehen sehen. Die wollte ich nicht konsumieren. Dann bin ich gestorben, dann war die natürlich wieder weg. Ich habe eigentlich gerade keinen Bock, die wieder zu suchen. Ne? Ho. Jetzt hätte ich fast... Jetzt hätte ich gerade gedacht, scheiße, jetzt macht er mich schon wieder platt. Ja, also ich habe ja durchaus mal... Ich habe ja mal einen Test zu dem Spiel gelesen, in dem Stand, die Gegner sind eigentlich kein Problem. Aber so oft, wie ich jetzt heute schon wieder totgeschlagen wurde, in diesem Stream. Also in der letzten halben Stunde, sage ich jetzt mal. Die erste halbe Stunde war ja... Ist ja gar nichts passiert. Aber nur, um das mal... ...zu sagen. Wenn sie einen haben, dann haben sie einen halt, ne? Man kann sich natürlich... ...einigermaßen immer um sie rumschleichen. Aber manchmal hast du halt einfach nicht die Zeit. Um mich irgendwie in der Ecke noch zu verstecken oder sowas. Und dann bleibst du halt da stehen, wo du gerade bist. Und dann... ...ja, dann sind sie dann direkt vor dir. Was ist das? Ich sitze... Okay. Was habe ich denn damit jetzt bewirkt? Und was kann ich hier noch alles bewirken? Die Geräusche, also die Fußtappen, die sind wieder so laut, als wäre der Typ über mir direkt. Was habe ich jetzt bekommen? Wieso sehe ich solche Sachen nicht sofort? Jetzt bin ich doch wirklich schon das dritte oder vierte Mal in diesem Raum gewesen. Ach je. Ich habe gar nichts gefunden. Ich habe doch gerade was... Was habe ich denn... Oder war es noch eine... War es eine weitere... Warte. Ne, die haben doch eigentlich auch Einzelspeicherplätze. Schallmodulator-Kartusche war es nicht. Sammelobjekte. Na ja, dann war es die Puppe, ne? Na ja, so ein bisschen aus wie eine Glocke. 26 habe ich jetzt. Bringt mich leider nicht wirklich weiter. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal Gas abgestellt. Ja. Ja, was bewirkt hat, dass ich da an die Puppe rankam. Aber wie gesagt, bringt mich ja jetzt hier aktuell nicht weiter. Nicht wirklich zumindest. Was ich jetzt auf alle Fälle gerne hätte, wäre... Äh, ein bisschen was zu trinken. Da war sie. Ja, ja, genau. Jetzt weiß ich es auch wieder. Yo. Also. War sie doch nicht so weit weg. Könnte sein, dass der mir gleich entgegenkommt. Aber ich habe ausnahmsweise Glück. Okay. Jetzt habe ich gleich noch einen Kritikpunkt. Wenn sie einem hier schon so eine merkwürdige Aufgabe auferlegen, wo man ständig von irgendjemandem geschlagen wird, dann könnten sie doch hier wenigstens noch so ein, zwei Flaschen von dem Gesöff hinstellen, dass man sich wenigstens davor ein bisschen eindecken kann. Ja, also. Wie gesagt, ich habe jetzt eine gefunden. Habe die jetzt auch gleich zu mir genommen. Da bin ich jetzt, sagen wir mal, zumindest mal schon mal besser dran als vorher. Da war ich ja schon angeschlagen. So. Gleichzeitig fühle ich mich irgendwie jetzt genötigt, die die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Bilder umzudrehen, jetzt wo es einmal ging. Es wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein. Da gibt es schon nochmal irgendwo ein Bild zum Aufklappen. Hundertprozentig. Ah ja. Jetzt machen wir die Geschichte hier. In der Hoffnung. Warte mal. In der Hoffnung, dass wir es jetzt vielleicht sogar schaffen. Streaming-Qualität nur okay. Wäre ja auch was gewesen, wenn jetzt mal zwei Streams in Folge einwandfrei laufen würden. Also. Okay. Okay, also wenn ich renne, Wenn ich renne, dann erwischt es mich nicht. Aber ich muss doch hier, äh, ich muss hier jetzt was drücken. Ah ja, da. Okay. Okay. Weiß, weiß auch nicht. Okay. know. Und was. das geht jetzt relativ zügig da sind blätter so notenblatt ist ja geil weißt du und ich habe schlechte ich habe schlechtes typ qualität und jetzt finde ich hier tatsächlich was jetzt gucken wir mal ob die vielleicht inzwischen wieder besser ist ich hasse mein leben echt ohne witz ich hasse mein leben was soll der quark scheiß bitrate ohne witz egal können ja also lesen dürften wir glaube ich noch einigermaßen können auch bei der qualität notenblatt matilda norton war doch eigentlich ganz easy das hätte ich jetzt auch beim ersten mal geschafft eigentlich hätte ich auch durchaus beim ersten mal schaffen können keine karte jetzt jetzt haben wir wieder wo sind wir denn wow da waren wir mal ebenso weg jetzt ist das nein jetzt hat sich sehe ich das nee sehe ich nicht richtig nee nee alles gut alles gut also wir haben ein notenblatt mathilda norton untersuchen wirklich untersuchen ist ja auch nicht ne ist ein notenblatt so ja jetzt haben wir nach wie vor die geschichte da oben warte mal war ich da oben schon mal drin eigentlich schon ne ja ne hier war ich schon mal oder oder ja oder doch ne doch natürlich war ich hier schon naja ja ja naja war ja überall schon eigentlich was jetzt allerdings cool wäre wäre mal wieder ein fläschchen mit was zum trinken also gut ich gucke mich trotzdem noch mal um wenn ich schon mal hier bin vielleicht 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 liegt ja irgendwo noch eine flasche rum oh oh hi wo bin ich haha oh da vorne und das ist ja gar nicht so übel ich müsste ja eh wieder runter denn ich will ja im erdgesch- aber ich gehe erstmal nach gegenüber und gehe speichern ganz ernsthaft gucken ob sie hier nicht sogar zu zweit sind nein nein dann lassen wir uns auf gar keine diskussion ein ne speichern also dann habe ich auf jeden fall mal diese Geschichte dahinter mich gebracht ich bin doch ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020